Schockmoment über den Wolken. Heftige Turbulenzen verletzten zwei Passagiere auf United Airlines Flug Newark, USA. Atemberaubender Schreckmoment in der Luft. Plötzlich geriet eine Boeing 757 der United Airlines in heftige Turbulenzen, die den Passagieren das Blut in den Adern gefrieren ließen. Was als Routineflug begann, verwandelte sich mitten über den USA in einen dramatischen Zwischenfall, der für zwei Menschen im Krankenhaus endete. Vergangenen Donnerstag befand sich die Maschine auf dem Weg von Newark nach San Francisco, als sie in Reiseflughöhe über Wyoming plötzlich durchgerüttelt wurde. Die Piloten mussten blitzschnell auf ein Alarmsignal des bordeigenen Kollisionswarnsystems reagieren. Die Situation spitzte sich zu, als die Anschnallzeichen aufleuchteten und Chaos an Bord ausbrach. Während die meisten Passagiere sicher auf ihren Sitzen blieben, traf es mindestens einen Passagier besonders hart. Unangeschnallt wurde er bei den heftigen Turbulenzen durch die Kabine geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Ein weiterer Passagier wurde leicht verletzt. Beide mussten nach der Landung umgehend ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ursache des dramatischen Moments. Während des Sinkflugs entdeckten die Piloten plötzlich ein weiteres Flugzeug, das sich in einer niedrigeren Höhe befand. Um eine Katastrophe zu verhindern, mussten sie den Sinkflug abrupt abbremsen, was die Turbulenzen auslöste und die Passagiere aus den Sitzen riss. Doch das geistesgegenwärtige Handeln der Piloten verhinderte Schlimmeres. Trotz des Schockmoments gelang es der Crew, die Maschine sicher zum Ziel zu bringen. Es ist jedoch bereits der zweite Vorfall dieser Art auf einem United Airlines Flug in diesem Monat. Eine bittere Bilanz für die Fluggesellschaft. Nach einem turbulenten und nervenaufreibenden Flug setzte die Boeing schließlich sicher in San Francisco auf. Ein Flug, den die Passagiere wohl so schnell nicht vergessen werden.